ich habe platten kisten die ist ja bei mir die höchste ist gut wieso passiert das immer zurzeit dass die letzte kiste ja ich laufe hier war nix los haben wir wo jemanden kaufen und links zum beispiel hier wurde in der auslösung gekauft hier wenn ihr bescheiden wisst wasserturm ist abgesprungen ist abgesprungen nach links richtung westen ist vom wasserturm richtung der schüsse vor uns zwei seiten das werde ich nicht überleben spielt mit der ffh direkt zwei noch hier unten ich kümmere mich um den links wenn ich ihn sehe der links ist ein springer links ist ein springer der links ist noch links ist noch blieb noch ein präzis da landet einer hat jetzt aber das war doch nicht der der gelandet war oder uns fehlt leider ein bisschen geld für sams obwohl der hatte auch nichts die hatten alle nichts wir haben kopfgeld vorne ja ich hab noch ich hab noch ich hab noch ich mach an vor uns vor uns vor uns hat jemand den gunn für mich kurz what the fuck hier hier links und da ist gestunnt einer ist gestunnt einer kommt von hinten krieger hinter dir oh ja ja danke dir aber oh ja nice da ist noch einer ja der ist unter dem ah man philip ich hab den sehr low können wir mich noch mal holen boah ich bin gleich tot alter echt schaffte das ne 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 krabbel raus ah ne ok warte mal bist du gestorben gerade ich hatte dich doch ich weiß nicht aber ich hatte nicht viel leben trotzdem das muss ja erstmal aufladen oder nicht ja aber du kannst ja nicht instant sterben du müsstest ja nochmal genockt sein also ich hab nicht C gedrückt ich weiß nicht wir können beide zurückkaufen oder ja ich hab auch Gulag ok ich hätt gern noch ein bisschen stuff von denen ja hol dir halt ja aber muss ich jetzt gas von mir ja dann verliess halt ja ich hole mir mein zeug auch wieder da liegen ja satches und alles lass alle reserveplatten davon ich wusste kurz jetzt siehst du noch wo ich gestorben bin ja hier oh gott das war vielleicht ein bisschen dumm danke dir ihr dürft nur nicht irgendwo hinterstack sein sonst können wir sonst kann ich jeden hier zu machen ich hab noch schnell ein bundle kaufen ich hab auch eine plattenbox voll ich hab eine platte oh shit ich hab noch eine waffe vergessen ich hab noch eine waffe vergessen ich hab noch eine waffe vergessen warte kurz warte kurz ja ja ich beeil mich oh das kommt schneller als gedacht so steckt ein ok 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 es bleibt hier bleibt keine ahnung schädig nach Grattlob ok voll es bleibt sogar Schnee es bleibt nicht doch es bleibt am Reifen nein wie geil guck mal sick das schaut so dumm aus ich komme hoch Was machst du da so? Das sieht so geil aus. Wo wollen wir denn jetzt hin? Hey, das schaut ja immer aus. Lächeln wir gleich ab. Hier ist noch ein Kischtel. Wo, ich sehe sie nicht. Genau rechts jetzt. Naja. Oh, ich habe ein Kischtel. Nice. Bei uns. Oh ja, einer ist live. Ja, hier. Moving on. Die haben sich selber geclustert. Ne. Einer ist tot. Einer ist tot. Einer ist K.O. hier. Fein pink. Ich habe ihm noch einen Hit gegeben. Einer läuft da. Schild broke. Ich komme nicht hoch. Ja, ich komme nicht hoch. Was soll ich machen? Oh, war noch einer? Bei Orange ist ja noch einer. Ich bin ja vier, Alter. Wer hat schon Hits? Einer tot. Einer muss in der Bote sein. Da vor uns. Wir haben es links von uns. Links. Links. Andere Seite von Truck. Boah. Ich habe gar nicht. Ich kann das nicht. Das ist die Truck pushen. Nicht. Gas kommt. Schau mich noch zu irgendwem, der Munition hat. Ich habe eine Munibox noch. Ja, für später dann, ja. Ich bin jetzt nicht nur für mich vergolden. Gerade kurz nach. Noll. HPG vor uns, direkt vor uns. Läuft. Ja, ja, läuft. Es ist genau vor mir. Das hört sich aber nach mehreren Tritten an, oder? Einer liegt im Klo. Zweiter Stock. Boah. Einer Schiebrock. Als du meintest, der liegt im Klo dann vor der Down, Alter. Scheiße. Hat der fucking reload. Nee, nee. Ich meinte schon, dass der da wirklich literally auf dem Boden liegt. Ja. Sorry. Ja. Ja. Nee, nee. Kein Stress. Ja. Schiebrock auf jeden Fall. Der ist ja ordentlich weiter, oder? Oh. Oh. Nice. Schlecht. Oh, ihr habt fast genug Cash für uns beide. Wäre richtig big. Wir haben keinen Job, glaube ich, oder? Doch, wir haben einen Job hier. Doch, doch. Direkt hier. Jawohl. Ja, genau genug. Also hier vor uns ist halt ein Hügel, ne? Wir haben ja tatsächlich High Ground. Oh, Snipes. Snipes von rechts? Ja, 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 ja. Du siehst den. Der ist jetzt genau vor uns am Ende des Gebäudes. Ist ins Gebäude aber rein. Hier weißt du? Ja, aber andere Seite. Ah, okay. Aber ist rein. Kämpfe bei Array links von uns? Ja. Da läuft einer. Ja, da ist ein Team. Ach, ich kann es nicht pingen. Da. Da ist ein Team. Ja, die kriegen Schüsse. Die kriegen Schüsse von hier. Gregor bei Lila ist auch noch einer drin. Ist hier an der Mauer? Waypoint Mark. Ja, ja. Da ist er. Siehst du ihn? Philipp, hast ein Sniper? Nee. Ich hab ihn noch. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ich konnte ihn nicht thürsten. Aber wenn er nicht bald ein Pinhead ist. Kann ich nochmal jemand ping? Naja, beim Feindping. Ist nach links nach rechts. Ist hinterm Gebäude. Ist hinterm Gebäude. Aber für den weiß ich jetzt den Quetzig. Deine Kollegen waren hier bei grün. Alfie, du bist sehr weit unten. Du könntest mal zu uns kommen und die linke Flanke sichern. Ja, mach halt ja eh die linke Flanke auf. Einer pusht, einer pusht. Hier, hier, hier. Schiebroke. Ich hab ihn KS. Ich krieg noch mehr Schlüssel, ich krieg noch mehr Schlüssel. Er ist tot. Von da irgendwo. Ich hab den gekillt. Nee, von dahinter. Ist der Beude dahinter. Broke hinter der Mauer. Broke hinter der Mauer, Sams. Hier. Ja, ja. Links von uns. Er läuft da. Broke, Sams. Noch einer. Hilf ich, ich unterstütze. Noch einer hinterbauten hier. Ja. Und rechts davon auch noch, rechts von Ping. Da seh ich leider gar nichts. Ist der Toten geworden? Ich glaub nicht. Broke Alfie. Nock. Alfie, der ist Nock. Muss er eigentlich doch. Da war noch ein Kollege, der ist schon weit davor gelaufen. Ja, der Kollege schießt von links vom blauen Ping. Ah, sehr gut. Wir müssen weitestes welche mitnehmen, Blue. Wir müssen weitestes welche mitnehmen, Blue. Ja, Blue sind welche drin. Blue kann ich brezen, theoretisch noch. Wir sind im ersten Stock dort. Ich frage es, ob wir vor Blue noch welche haben, ne? Also hier so. Alfie, das vor uns war kein Team Vibe, gell? Da lebt noch einer irgendwo. Ja, ja. Sams, nimm mal den Truck und zieh mal das Feuer auf dich. Ich fahr den jetzt einfach noch einen Meter hier vor. Ich stell ihn so als Barriere hin. Ja, ja. Da ist einer. Bei Blue unten. Broke. Blue oben. Fehlt noch ein Team, ne? Ja, ja. Aber... Da ist einer. Ich hab einen. Einer ist K.O. Boot. Boot. Das war das Einzelteam. Jetzt sind wir noch zwei Teams gegeneinander. Ja, vier gegen drei. Vier gegen drei. Ach Junge, jetzt reicht es mir aber mit euch. Kann links oben lang gehen. Ja, mit dem Truck halt fahren, ne? Ja. Geht euch ein bisschen Deckung mit dem Truck? Boah, ich schaff das nicht, ja. Ich bin hier oben. Ganz von unten. Ganz von unten. Geschossen. Einer hat... One-Shot oben. Ich muss replay kurz. Einer da findet euch, glaube ich. Ich fang ab. Der Truck geht gleich hoch. Möckchen. Ich kann nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, der Streckfog. Ja. Oh. Ah, scheiße. Schade. 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 Schade.